Ein Anwendungsfalldiagramm, auch Nutzfalldiagramm, ist eine der 14 Diagrammarten der Unified Modeling Language, einer Sprache für die Modellierung der Strukturen und des Verhaltens von Software und anderen Systemen. Es stellt Anwendungsfälle und Akteure mit ihren jeweiligen Abhängigkeiten und Beziehungen dar. Das Anwendungsfalldiagramm ist ein Verhaltensdiagramm. Es stellt das erwartete Verhalten eines Systems dar und wird deshalb dafür eingesetzt. Die Anforderungen an ein System zu spezifizieren. Ein Anwendungsfalldiagramm stellt keine Ablaufbeschreibung dar. Diese kann stattdessen mit einem Aktivitäts-, einem Sequenz- oder einem Kollaborationsdiagramm dargestellt werden. Anwendungsfalldiagramm in Stichpunkten Ziel ist es möglichst einfach zu zeigen, was man mit dem zu bauenden Software-System machen will, welche Fälle der Anwendung es also gibt. Akteure werden als Strichmeinchen dargestellt, welche sowohl Personen wie Kunden oder Administratoren als auch ein System darstellen können. Anwendungsfälle werden in Ellipsen dargestellt. Sie müssen beschrieben werden. Assoziationen zwischen Akteuren und Anwendungsfällen müssen durch Linien gekennzeichnet werden. Systemgrenzen werden durch Rechtecke gekennzeichnet. Include-Beziehungen werden mittels gestrichelter Linie und einem Pfeil zum inkludierten Anwendungsfall gekennzeichnet, wobei dieser für den Aufrufenden Anwendungsfall notwendig ist. Extend-Beziehungen werden mittels gestrichelter Linie und einem Pfeil vom erweiternden Anwendungsfall gekennzeichnet, wobei dieser von dem aufrufenden Anwendungsfall aktiviert werden kann, aber nicht muss. Punkt. Elemente. Beziehungen. Punkt. 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 Beispiele. Unterschiede zur UML 1. X. Das Anwendungsfalldiagramm wird in der UML 2 neu als Verhaltensdiagramm und nicht mehr als Strukturdiagramm eingestuft. Des Weiteren müssen Akteure nun einen Namen haben und die Vorbedingungen der jeweiligen Extension Pullings müssen per Notiz an die entsprechende Erweiterungsbeziehung angehängt werden.